Oh oh, das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in zehn Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal zehn. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Achtung. Huch, Amtmann an Deck. Abteilung, stillgestanden. Der ohne Amtmann. Oha, ich meine, recht so. Jetzt bin ich doch tatsächlich zusammen mit Goal auf dem Weg nach Elysium. Irgendwie hatte ich mir die Reise anders vorgestellt. Wo bleiben die Erfrischungsgetränke? Siehst du das? Die hören auf mich. Können sie auch Stöckchen apportieren? Ach nee, dafür fehlt mir der Sinn. Schlechte Erfahrungen? Ich will nicht darüber reden. Sieht geil aus, Männer. Besser. Viel besser. Au Backe. Noch mehr von der Sorte? Achtung. Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Bezüllen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Nicht wahr? Au Backe. Noch mehr von der Sorte? Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen, als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du die hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte. Können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch. Ei, ei, ei. Hey. Oh, hey. Oh, hey. Denkst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperrenzchen retten kannst? Hebe schon auf. Lass das. Hey. 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 Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Ah. Oh. 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 Ach, Herr Antmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, wie würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan! Elektrisieren Sie uns! Versprühen Sie Ihren Zauber! Einen Moment. Ich glaube... Test, Test! Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihrer Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun stillgestanden. Das Wort hat Amtmann Argus. Ach, das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch! Dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser, dieser Arsch... Der Arsch! Der Arsch! Der Arsch! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Glytus, da sind sie ja. Wo ist ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirr. Und ohne mich. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Kletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder Minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht so lange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponia sein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen, als erwartet. Halt! Null ist es! Sieh nahe! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber... Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit mir? Ich will nicht sterben. Ich weiß. Du bist der dritte Prototyp, nicht wahr? Tja. Die Tragik hinter der Alpha-Generation hat mich schon immer fasziniert. Darum habe ich damals auch Argus unter meine Fittiche genommen. Du denkst vielleicht, dass du nicht dazugehörst. Aber im Grunde genommen bist du genauso zum Tode vorherbestimmt wie der Rest des Organon. Und dass du nicht sterben willst, ist nichts weiter als ein Konstruktionsfehler. Aber... Aber was ist mit ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha! Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun? Oh doch. Ich muss. Aber... Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt sie dazu? Die Ponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen. Es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Goal. Nein! Sie alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Und du bist... Wie? Ich bin mit Clites nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben. Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat. Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit. Inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das... Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich. Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann. Worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. Ich habe noch ein ernstes Wort. Oh! 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 Oh, oh! 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 Oh!